Gotham City Police Department, da hinten steht da jemand. Der beobachtet mich schon wieder. Ich beobachte dich schon seit langer Zeit, Batman. Oh, er hat mich getötet. Bald ist es soweit. Dann habe ich vielleicht auch das Rätsel gelöst. So, wie geht es denn hier weiter? Ich hatte noch ein bisschen was zu hacken, glaube ich. Und dann noch so ein paar Nebenquests. Es könnte mal wieder ein Telefon klingeln. Joker war schon mal tot. Der stirbt noch ein zweites Mal. Aber dass er nicht wiederkommt, völlig ausgeschlossen. Ich glaube, da hinten war noch was, oder? Woher willst du das wissen? Man darf den Boden natürlich nicht berühren. Aber das hätten wir jetzt auch. Da hätte uns übrigens der Riddler auch schon einsperren können. Aber nein, er macht es nicht. Er macht es einfach nicht. Soll ich mich jetzt mal um diese Leute hier kümmern? Da kann ich so ein bisschen... Experience. Nein, falter Knopf. Ärgerlich. Lustige Clowns-Gesichter. Was ist denn mit dem hier eigentlich? Der hat keinen Bock, oder was? Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen, dass eben einer von den Schergen hier keinen Bock hat. Das ist alles in der Schau, glaube ich. Mist. Den will ich noch haben. Und dann hoffe ich, dass hier irgendwann wieder ein Telefon klingelt. Telefon. Ring, Ring, Ring. Telefon. Ballons. Da unten ist auch noch was. Da brauche ich die Freeze-Granate, ne? Offensichtlich ist sie nicht nah genug dran. So. Ach, ja, und jetzt? Ist hier noch was? Strahlendes Beispiel für Gerechtigkeit, ja. Das muss irgendwas mit dem GPD zu tun haben, aber ich weiß nicht was. Möchte hier auch gar nicht mehr sein. Was ist mit Blumen hier? Ach. So ein Rätsel. Das ist ja noch ganz einfach, oder? Habe ich sowas nicht schon mal gelöst hier? So, wenn man 20 Minuten davor steht und denkt, meine Fresse, wie soll das denn gehen? Und dann ist es doch so einfach. Aber das habe ich doch schon mal gemacht, sowas hier, oder? Gibt es da mehrere von? Oder was ist hier los? Oh, eine Kamera. Die muss auch weg. War ich da schon drin? Und scheint. Hm. Wie sieht es denn hier aus? Ja, da brauche ich noch zwei. Und das Ziel, glaube ich, da nochmal. Hier ist noch fast gar nichts passiert. Sehr ist auch noch nicht. Also, ich glaube, ich gehe mal auf die Suche nach dem nächsten Identitätsdiebstahlsleichenfund. Natürlich wichtiger, besser, schneller, wenn man wüsste, wo die sind. Ich könnte auch, wo ich es gerade sehe, bei Catwoman, wenn wir mal weitermachen. Und da ist auch noch einer. Schön, dass ihr übrigens noch da seid. Die Hauptstory ist ja vorbei. Ich habe mich schon von euch verabschiedet. Sag mir, was ich weiß. Natürlich. Sag mir, was ich weiß. Oh, dahinten ist schon wieder einer. Ich dachte, die hätte ich hier langsam mal alle. Ich habe mir falsch gedacht. Du kannst das hier mit oder ohne Schmerzen. Man will immer mit. Da braucht er gar nicht so rhetorisch fragen. Das ist immer klar. Auch hier auch wieder einer. Wie sieht das denn aus? Hier sind ein bisschen mehr Leute. Da ist auch nur eine Kamera. Man muss als erstes dann glauben. Oh ja, da stand ich. Oh ja, da stand ich. Batman, er tritt ihn in die Erschwürden. Schnappt ihn! Was? Oh, ein bisschen Energie kann ich auch gebrauchen. Was ist denn das hier? Wie liegt hier so offensichtlich? Äh, ich könnte ja einfach eh mal über die ganze Karte gehen und zuschauen, wo hier so der nächste Arsch rumliegt. Da stimmt nicht, da war ich ja schon mal. Äh. Und alle Trophäen wollte ich eigentlich auch nicht einsammeln. Weil ich natürlich nicht drum herum komme. Wenn ich dann mal auch das Riddler-Rätsel lösen, lotsen möchte. Da war schon wieder ein Grüner. Es ist mir egal, wo du bist. Irgendwann finde ich dich und dann mache ich dich kalt. Jack Ryder. Mensch, die wichtigste Figur im ganzen Spiel. So, ähm, ich... Ja, den grünen nehme ich mit. Was hängt denn da... Bin ich das gewesen? Habe ich da die Leute da hängen lassen? Möglich. Da ist wieder was Grünes. Speichern, immer schön speichern. Das ist wichtig. Was ist da hinten? Ist er da alleine? Was muss ich dir brechen, damit du mir die Wahrheit über Riddler erzählst? Na, alles. Und weg. Gut. Oder nicht so gut. Ha. Dieser. Eindel-Ass. Wann kommt ein Enigma immer wieder? Das ist doch schon so lange her. Killer Krog. Killer Krog. Die Fledermaus tritt die Jungs zu breit. Die Fledermaus bräuchte die Jungs zu breit. Ja, hier sind wir nun. Ich könnte natürlich im Internet nachsehen. Ah. Immer noch die gleichen Irren, die raus wollen. Eine Kamera ist das also, die jetzt der Stadt wehren. Das war glaube ich auch noch irgendwo eine Trophäe, oder? Da oben ist noch Badshot. Badshot. Scheiße. Da muss ich etwas bussamer vorgehen. Das geht so nicht. Oh, da ist noch eine Kamera. Puh, das war ja cool. Auf dem Wege kann ich ja eigentlich nur weinen. In der Hoffnung, dass es mir hilft. Das würde ich gerne tun. Aber ich weiß nicht, wo noch Gewalt herrscht. Ich bin mir sicher. So ein Weisrei überlebt hier nicht. Sieht das Breaking überhaupt noch? Ist das nicht mittlerweile ein Einkaufszentrum? Vor lauter Verzweiflung sammle ich jetzt hier diese Dinger ein. Bis hier ohne die Fledermaus nicht stimmt genug wäre. Es könnte mal wieder ein Telefon kriegen, wenn ich hier schon so umfliege, oder? Mensch, nochmal, du. Ich verstehe. Dann ist Strange also tot. Gut. Geschieht dem miesen Bastard recht. Batman, es ist Batman. Wer kommt denn jetzt noch? Telefon. Na also, es geht doch. Dankeschön. Finde mein Telefon, Batman. Sonst beginnt das Töten. Töte mich. Ich bin so aufgelegt. Wo ist das Telefon bloß? Da oben? Hier lang. Ich hole dir diese Sicht hier an. Dann finde ich es vielleicht schneller. Oder werde aufgehalten. Das wird knapp. Oh, das wird knapp. Sie nannten ihn damals schon Pinguin. Er hatte natürlich noch beide Augen. Es war vor seinem kleinen Unfall. Und er blickte mich mit ihnen an, als ich meine Karten aufdeckte. Erst die Kreuz-Sechs, dann die Karo-Sechs. Er sah verängstigt aus. Er lehnte sich nach vorne. Und ich konnte seinen Zigarren verpesteten Atem riechen. Die Pik-Sechs. Und zum Schluss die Herz-Sechs. Boah. Ich fühlte mich gut. Und dann begann er zu lachen. Er rülpste Qualm aus, während er seine Karten aufdeckte. Karte um Karte verlor ich den Mut. Eine Drei. Eine Vier. Eine Fünf. Eine Sechs. Eine verdammte Sieben. Sein Straight Flush hatte mich erledigt. Ich war am Ende und wurde raus aus der Stadt geworfen ohne einen Penny. Wie viele Sechsen hat denn das Spiel? Tja. Ups. Batman ist hier. Es ist Batman. Das ist der Ort, an dem wir sterben werden. Doch nur ein Foto von Poison Ivy's Laden machen. Das ist ja... Wo ist der Pump-Remove hier? Scheiße. Kann ich da reingehen? Ne. Doch. Aber was nützt das? Ich glaube, in die Bank komme ich doch auf diesem Weg gar nicht mehr, oder? Beziehungsweise in den Tresorraum. Ja, eines ist hier unten nichts zu holen. Ist nicht der, Logan. Das ist da. So 건 die League. Vielen Dank.